Mahlzeit! Willkommen zurück zu Let's Play World of Goo, Part Nummer 8, Wasserschleuse. Heurika, ok. Äh, ja. Erstmal Schild. Äh, glau. Der Schildermaler geht unter. Ok. Äh, ok, da oben müssen wir hin. Jetzt haben wir wieder so ein schönes, na. So, jetzt hängen die daran fest. Ob wir das was bringt, weiß ich nicht. Komme ich überhaupt irgendwie? Ne. Ah, das ist das Problem. Die Dinger gehen nicht unter. Wie soll ich dann bitte da oben dran kommen? Ja, super. Mit denen kann ich... Ach du je. Ok, da hab ich jetzt noch eine andere Idee. Mach mal einfach mal. Ja, so nicht. Hm. Alter. Ist ja sehr... Brain ist total überfordert gerade. Ja, komm. Da dran. Schieß ich die jetzt einfach hoch. Ob ich, ob das jetzt so funktioniert? Hm, ich weiß es nicht. Wie viel haben wir drin? 23 von 36. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt nochmal, ob der nochmal aufsammelt oder... Ah, was ist da denn? Da steht. Da steht. Vorsicht. Lösche deine Cookies. Eine Stunde vor dem Schwimmen. Mom weiß Bescheid. Naja. Ich glaub, das mit dem Aufsammeln klappt jetzt nicht so wirklich. Aber wie? Na. Genau. Jetzt habe ich sie wieder alle. Na. Halbwegs. Hier ist nichts mehr. Dann schießen wir sie nochmal hoch. Und komm. Da fehlt immer noch einer. Und jetzt ist der Gelbe weg. Ne, da ist er. Dann flitzt der denn rum. Nein. Ach, sind sie ja. Die ticken da auch aus. Na komm. Okay. Jetzt sind sie wieder fest. Ob ich was früher dran gehen muss oder... Schlimm ist, ich sehe das nicht in einem Bild. Und tschüss. Ah, das waren sogar alle. Wunderbar. Mal keine klapprige Brücke oder sonst was bauen. Okay, jetzt haben wir auch die OCD. Haben alle gerettet. Ab zum nächsten Level. Ah, hier unten bin ich fertig. Du musst den Kopf sprengen. Das ursprüngliche Brädchen. Ja. Naja. Ganz viel Streichholz, äh, Streichholz, äh, Guss. Diese Fabrik wurde wohl von Robotern gebaut. Ich dachte, sie wären vor Jahren demontiert und verschrottet worden. Schau. Einer ist noch da. Der ist süß. Aber das Rohr hinter seinem Kopf. Naja. Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Der Schildermaler. Okay. Pst. Haftbomben sollten doch verboten werden. Die sind extrem gefährlich. Die kleben überall. Gut, dass es schläft. Der Gesetz. Gesetzestreue Schildermaler. Okay. Haftbomben und Streichhölzer. Optimale Kombi. Hä? Ach. Jetzt seh ich erst, dass der so, so kümchen Stacheln am Kopf hätt. Ja, kein Problem. Machen wir. Machen wir. Oh, hier noch einen hin. Müssen wir uns halt drumrum bauen. Oh, 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 oh. Das geht auf keinen Fall gut. Ne, der knickt ein. Nein! Na und da werden sie entzündet. Und jetzt hab ich verkackt. Okay. Schlechte Idee. Oh. Da ist die Maus. Ja, okay, damit kann ich nichts mehr reißen, da muss ich nochmal. Was habe ich noch für Möglichkeiten hier? Na, so. Stabiler wird das dadurch ja auch nicht. Ich brauch so drei Reihen, brauche ich auf jeden Fall. Ah, dann entzünd ich schon. Hm, ob das so gut ist? Uiuiui, das ist noch eine ganze Ecke. Es fängt an zu wackeln, nein. Böses Türmchen. Oh nein. Jetzt knickt er gleich ein. Nein, 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 nein. Uiuiuiui. Geht das? Nein, jetzt ist er im Eimer. Das. Och, nö. Okay, jetzt brennt die ganze Kiste auch noch nieder. Äh, ne. So schnell kann ich nicht hinterher bauen. Ne, komm. Ah. Es war so knapp. Ich weiß auch nicht, wie nah ich da dran muss. Oder auch nicht. Ne. Okay, noch mal. Der Aufbau war im Prinzip nicht schlecht. Na. Oder ob ich die oben hin verbinden kann? Ok. Da noch was dran, da noch was dran. Da verrecken schon wieder die Ersten. Nein. Boah, ist das deprimierend, dass sie so noch abfackelt. Was ist denn dort? Oder ich denke schon wieder in die falsche Richtung, kann natürlich auch sein. Aber ich habe ja keine Möglichkeiten hier. Ich kann ja an sich nur einen Turm bauen, der bis nach oben geht, irgendwas entzündet und dann feiern. Na. Das geht jetzt schon wieder so extrem. Ne. Kommt mal schön hier runter. Alle runter. Na. Ich vertraue dem Ding kein Stück. Und weg ist er. Also nö. Was soll ich ihn da noch machen? Kommt. Kommt mal, müssen wir hier erstmal flicken. Ne. Na. Und weg ist er. Okay. Jetzt wird es mir zu knullartig. Also machen wir nochmal neu. Aber das kann doch echt nicht angehen. Ich muss um den rum da hoch bauen. Und ich kann nur mit den Streichholz, Streichholzdingern hier was machen. So, da kann ich noch was stabilisieren. Aber mehr ist auch nicht drin. Weiter zur Flamme darf ich nicht oder? Da ist auch noch Flamme. Nein. Das ist nicht mehr nach außen wiegt. Okay. Dann fackelt mir das gleich entweder ab. Ja, es fackelt mir wahrscheinlich ab. Na komm her. Okay. Er wippt. Ganz ruhig. Nein. Knick zurück. Knick zurück. Knick zurück. Ja. Jetzt ist er auf jeden Fall weg. Knick. Okay. Hm. Hübsches Feuerwerk. Ich sag nochmal Ciao. Das war Part 12. Wir sehen uns in Part 13. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.